Vata-Yanasana, die Vata-harmonisierende Stellung, ist eine der einfachen Asanas, die auch im Rücken-Yoga eine Rolle spielen. Wir nennen sie bei Yoga-Vidya auch gerne Krokodil, eine Variation von Makara-Asana bzw. Nakra-Asana. Raffaela zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Rückenlage. Wir machen ja Vata-Yanasana bei Yoga-Vidya auch gerne zu Anfang der Stellung, gehört mit zu den ersten Übungen am Anfängerkurs. Man kann sie aber auch zwischendurch machen, um Spannungen aus dem unteren Rücken herauszunehmen. Schließe dann die Beine und dann beuge ein Knie und fasse mit beiden Händen zum Knie. Ziehe das Knie dabei zum Brustkorb hin und atme tief mit dem Bauch ein und aus. Indem du mit dem Bauch gegen den Oberschenkel drückst, entsteht ein innerer Druck im Bauch und eine der Bedeutungen von Vata ist eben auch die Luft im Bauch. Deshalb ist es auch eine gute Übung gegen Blähungen. Vata ist aber auch die innere Unruhe. Und Vata-Yanasana hilft dir, dich zu verankern in die innere Mitte und so zur Ruhe zu kommen. Diese Stellung hat auch verschiedene Variationen. Du könntest noch den Kopf heben und zum Knie hingeben. Oder es gibt auch die Trippata-Vata-Yanasana. Das heißt, du ziehst beide Knie zum Brustkorb hin. Oder wenn du nur ein Knie zum Brustkorb hingibst, dann nennt es Swami Vishnu selbst einfach nur Vata-Yanasana. Und andere nennen das Eka-Vata-Yanasana. Wenn du den Kopf zum Knie bringst, dann ist das Chirajanu-Vata-Yanasana. Oder du lässt den Kopf direkt am Boden. All diese Stellungen also gut für den Bauch. Allerdings bei Yoga Vidya machen wir diese Stellung hauptsächlich wegen der tollen Effekte auf den unteren Rücken. Diese Stellung lässt die Lendenwirbelsäule lang werden. Sie entlastet die Bandscheiben. Sie entfernt Spannungen aus der Lendenregion und kann auch für die Hüftkreuzbeingelenke hilfreich sein. Diese Stellung dehnt auch die Gesäßmuskeln. Und manchmal sind tiefe, verspannte Gesäßmuskeln das Problem für Schmerzen im Kreuzbereich und im unteren Rücken. So ist Vata-Yanasana ein sehr wichtiges Asana im Rücken-Yoga.